So, willkommen zu diesem neuen Raketen-Video von mir. Ich habe hier drei Leuchtkugelraketen, drei verschiedene und ich denke mal sind alles genau dieselben. Mehr oder weniger Komet und ja, hier noch mit diesem Klalobo. Und da werden wir sie jetzt mal testen. Okay, das erste Mal. Die variieren sogar unter derselben Sorte, weil ich denke mal, dass es alles dasselbe ist. Die war nicht ganz dieselbe, die hat ein bisschen durchgezündet. Okay, dann tschüss, bis zum nächsten Video.